Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Oh, hallo! Schön, dass du den Kanal wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Also, ich wollte nur ganz liebe Grüße sagen. Schaut euch das neueste Video von Papa an. Das ist super geworden. Also, tschüss! Hallo zusammen. Schön, dass ihr meinen Kanal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Heute möchte ich mitnehmen. Ich bin jetzt hier schon ein paar Mal vorbeigefahren. Und da habe ich so, seht ihr es da oben? Wartet mal. So Baumstümpfe, die so schräg hier in die Mauer rausragen. Da wollte ich euch mitnehmen. Ich habe jetzt wieder nur ein Problem. Wie komme ich da hoch? Ich meine, Schneefall ist jetzt nicht. Aber ich probiere es mal. So, für die Bildaufnahmen ab jetzt gebe ich keine Garantie. Okay, ich bin fast oben. Wie ich nachher runterkomme, möchte ich gar nicht wissen. Okay. So. Okay, schaut mal hier. Was auch immer das ist. Oh, je. So. Gucken wir mal. Oh, schau mal hier. Oh, schön. Oh, das ist ja schön. Okay. Das wird wieder wunderschön, Leute. Das wird ja ein riesen Anbau. Was ist das hier? Ich sehe es nicht. Okay. Ja. Jetzt kommt der Abstieg. Und ihr wisst selber, runter kommt man immer. Aber wie. Dann wünsche ich euch alles Gute. Bleibt bitte gesund. Und danke fürs Anschauen. Und den Abstieg filme ich nicht. Bis dann. Martin. In kami. In meinemher. In meus accordingly. Und in непonce. 以 15518cm. In son prime. Weit.